Ja, hallo, Abteilung Indies, Detective Marcy hier. Detective, es ist furchtbar. Ja, beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich und grüßen Sie sich doch erstmal. Wie kann ich helfen? Ich habe nichts mehr zu zocken, alles durchgespielt. Das kann überhaupt gar nicht sein, ich weiß nicht, was Sie mir da erzählen. Witz cooles zum Zocken, ja. Ja, ich kümmere mich da drum, ich kümmere mich drum. Soll ich mir dann reinziehen jetzt, mein Gott, an? Ich weiß ganz genau, was zu tun ist.